Mit dem Namen Albert hat eigentlich die ganze Geschichte zwischen Backe in Siem und Bärpau angefangen. Albert ist kein Mensch, sondern eine wahnsinnig coole Aktentasche von Backe in Siem. Und ich habe die 2017 oder 2018 zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und ich weiß noch, ich habe die damals als erwachsener Mann wie so ein Kind unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt und dort stand mein Name drauf. Und da war so ein Einleger der Firma dabei, Backe in Siem in Berlin, mit dem großen Ziel, Mädchen die Schulbildung in Pakistan zu ermöglichen. Und die Tasche auszupacken war ein unfassbarer Flash in dem Moment. Nicht nur, weil sie so cool ist und so funktional ist und so gut aussah, sondern einfach, weil mich diese Firmengeschichte absolut umgehauen hat. Ich habe damals noch geglaubt, Firmen gibt es halt, weil die irgendwie Geld verdienen müssen und weil die Arbeitsplätze aufbauen. Und plötzlich habe ich eine Firma kennengelernt, die so etwas wahnsinnig berührendes vorhat, Mädchen in Pakistan die Schulbildung zu ermöglichen. Und ich habe die Tasche mit nach Hause genommen. Ich habe sie jeden Tag ins Büro mitgenommen und habe wirklich angefangen, so ein massiver Fan dieser Marke zu werden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich melde mich einfach bei Backe in Siem und frage an, ob wir eine gemeinsame Kooperation starten dürfen. Einfach mit dem Ziel, die Produkte auch verkaufen zu dürfen und vor allem mal diese Marke und die Menschen dahinter kennenzulernen. Und ich weiß noch, ich bin damals von der Firma nach Hause nach Bamberg gefahren und habe einfach auf der Hotline-Nummer angerufen. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich gedacht, da geht keiner ran oder da kommt dann Drück 1, 2 oder 3. Und dann war aber jemand dran an dem Team und ich habe ihm quasi meinen Wunsch erzählt, dass ich gerne die Firma besser kennenlernen möchte, dass wir eine Kooperation gerne machen würden. Und zu meinem großen Überraschen war die Person total begeistert und hat mir die E-Mail von dem Geschäftsführer Georg Wolf gegeben. Und ich war dann zu Hause und habe dann die E-Mail geschrieben. Ich habe die E-Mail zehnmal geschrieben, elfmal gelöscht und habe sie wieder geschrieben und habe die aber irgendwann voller Mut abgeschickt. Und das war der Startpunkt, wo Bärpor Backe Enzym kennen und auch wirklich lieben gelernt hat, weil das war der Startpunkt der Zusammenarbeit. Ich habe dann Georg in Berlin beim Pizzaessen kennengelernt und wir haben uns ausgetauscht, wo gemeinsame Kooperationen möglich sein können. Wir machen Bogensport groß, wir entwickeln Sportarten. Und da war die Frage, er braucht sehr coole Rucksäcke, Taschen und Equipments. Und das war so das erste Feld, wo wir gedacht haben, da können wir was zusammen machen. Vertieft haben wir dann unsere Geschäftsbeziehung vor allem, als wir uns dann in New York getroffen haben. Dort hatte damals Backe Enzym sein Expansionsbüro für den nordamerikanischen Markt. Und dort haben wir auch festgelegt, wir nutzen die großartige Möglichkeit für den Bogensport die besten und nachhaltigsten Lederprodukte der Welt zu fertigen. Also wir nehmen die Bogensportprodukte, wir nehmen Backe Enzym und führen das zusammen. Und zwar nicht nur, weil wir die Farben austauschen, sondern wir machen das Produkt aufgrund der Nachhaltigkeit, aufgrund der Supply Chain. Wir versuchen jeden menschlichen und produkttechnischen und produkttechnischen Aspekt selber zu machen. Die Reise ging eineinhalb Jahre. Die Entwicklung der Produkte war wirklich wahnsinnig und wir durften auch von Anna, die damals für das Produktmanagement verantwortlich war, so unfassbar viel lernen. Und irgendwann kamen wir dann an den Zeitpunkt, wo wir bei Backe Enzym die Möglichkeit hatten, da war die Produktlinie noch nicht live und wir hatten die Möglichkeit, die Firma durch eine nicht so einfache Zeit zu führen. Und zwar indem wir über eine potenzielle Übernahme sprachen und auch einer Fusion der zwei Firmen. Und ich weiß noch, damals, das war im Dezember letzten Jahres, also 2021, wo wir laut und offen darüber gesprochen haben, dass wir neue Wege finden müssen, um diese nicht so einfache Zeit bei Backe Enzym zu überbrücken. Und wir haben dann Anfang 2022 haben wir dann noch mit aller Kraftanstrengung unsere gemeinsame Kollektion auf den Bogensportmarkt gebracht und das war ein Moment, wo hier wirklich Tränen geflossen sind, weil zum einen eineinhalb Jahre Arbeit abgeschlossen war und zum anderen ist das unvorstellbar, was wir unseren Sportlern mit dieser Linie bieten dürfen. Die nachhaltigste und beste Lederlinie. Und zeitgleich ist Backe Enzym durch eine nicht so einfache Zeit durchgegangen und wir haben versucht, mit Baerpro zu helfen und vor allem zu helfen, indem wir investieren und die Firma übernehmen. Und das waren besondere Gespräche, weil es da wirklich um viel ging. Es ging um sechs Jahre Gründergedanken von Georg Wolf und Marco Felisch. Es ging um all den Schweiß und all das Blut, was in Backe Enzym reingeflossen sind. Es ging um die Schulen in Pakistan. Es ging um die Kinder, die dort davon profitieren. Und es ging vor allem für uns, ging es um dieses ganze Potenzial, was alles entstehen kann. Und aus Dezember wurde Januar, Januar aus Januar, Februar. Und im Juni war Baerpro dann so weit und Backe Enzym war auch so weit, dass wir die Firma übernehmen dürfen. Und ich glaube, dürfen ist da wirklich das richtige Wort. Wir konnten es auch, aber eher sehen wir das, als dass wir das wirklich dürfen. Und es erfüllt uns mit massivem Stolz, weil wir können nicht nur die nachhaltige Lederlinie weiterhin den Bogensportmarkt geben, sondern wir dürfen auch mit all dem, wer wir sind, mit all dem, was wir können, diese großartige Geschichte von Backe Enzym weiterschreiben. Und ja, Juli 2022 kommt der Albert, der damals noch in einem Weihnachtsbaum lag, kommt mit der ganzen Produktfamilie, mit der Marke, mit der Idee, mit der Firma zu uns, zu Baerpro nach Hause. Und das ist einfach crazy. Das kann man gar nicht so sagen. Und es erfüllt uns mit massivem Stolz. Und hinter der Kamera ist unser Backe Enzym-Schild. Und das fühlt sich gut an und es fühlt sich sehr dankbar an, das machen zu dürfen. Und wir freuen uns auf die neue Zeit und die neuen Geschichten, die wir mit diesen beiden Firmen unter dem Dach von Baerpro schreiben dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.